Liebe Geschwister, wir alle befinden uns im Zustand der Sehnsucht und der Erinnerungen. Wir gedenken der Tage und der Nächte, in denen wir uns hier versammelt haben und in anderen Moscheen versammelt haben und gebetet haben und Bittgebete miteinander gemacht haben, das Fasten miteinander gebrochen haben und fastend den Vorträgen zugehört haben. Und der Zustand der Sehnsucht ist ein Zeichen dessen, dass die Tat anerkannt ist, dass die Mühen anerkannt sind, liebe Geschwister. Gleichzeitig bevorzugen wir das, was Allah Ta'ala für uns bevorzugt hat und wir stellen fest, dass wir uns jetzt nicht mehr im Ramadan befinden. Jetzt sind wir in der Zeit danach. Jetzt befinden wir uns in der Zeit danach. Und die rechtgeleiteten früheren Generationen, sie haben noch ein halbes Jahr nach dem Ramadan um die Annahme ihrer Taten im Ramadan gebeten. So bitten wir auch Allah Ta'ala darum, dass er unsere Taten annimmt. Allah Ta'ala sagt im Koran in der zweiten Sure, im 127. Vers, Und als Ibrahim, aleyhis salam, die Grundmauern des Hauses in Mekka errichtet hat, mit seinem Sohn Ismail, aleyhis salam, und sprach, Unser Herr, nimm von uns an. Du bist der Hörende und der Wissende. Wuhayb, einer der Reschaffenen, Ibn Ward, Wuhayb Ibn Ward, er sagte, O Freund, Khalil des Alabamas, Ibrahim aleyhis salam wird im Koran als Khalilullah beschrieben. Du hast die Grundmauern des Hauses gelegt und du bittest um Annahme? Er hat darüber nachgedacht. Ibrahim aleyhis salam, der die Grundmauern des Hauses gelegt hat, er bittet um Annahme. Um wie viel mehr, liebe Geschwister, müssen wir um die Annahme bitten? Und das ist Ibrahim aleyhis salam, der sein Land verlassen musste, der sich mit seinem Vater überwerfen musste. Ibrahim aleyhis salam, der sich mit Tyrannen auseinandersetzen musste, der ins Feuer geworfen wurde für Allah ta'ala. Ibrahim aleyhis salam, der bereit war, seinen Sohn, auf den er lange gewartet hat, zu opfern für Allah ta'ala. Dieser Ibrahim aleyhis salam, und er bittet um die Annahme seiner Taten. So bitten auch wir, liebe Geschwister, um die Annahme unserer Taten. Nun, wo wir den Geschmack einer Säule des Islams noch auf der Zunge und damit ist das Herz gemeint, tragen, möchte ich euch an eine andere Säule erinnern. Und Ibrahim aleyhis salam ist praktisch die Überleitung. Dieses Bittgebet ist die Überleitung zu dieser Säule. Es geht um die Säule der Hadsch. Liebe Geschwister, jede Säule hat seine Prägungen. Jede Säule ist für sich eine Schule, eine Universität, die bestimmte Inhalte lehrt und die sich im Herzen zu einer Charaktereigenschaft aufbauen. So wie man bei Menschen erkennen kann, ja, ah, er kommt aus der und der Schule, ja, sei es im Beruf oder im Studium, er hat diese Linie, das ist seine Prägung, das ist sein Stil. So hat auch jede Säule, liebe Geschwister, Lektionen und Weisheiten und Charaktereigenschaften für uns vorbereitet. Und wir werden nun, insha'Allah, die Hadsch miteinander studieren. Allah Ta'ala sagt im Koran in der dritten Suche, ab dem 96. Vers, In-Nä-I-Beteen beiddien wudع� للNä-Sille الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيt من استطاع إليه سبيلا Allah Ta'ala sagt im Koran, liebe Geschwister, das erste Gotteshaus, was für die Menschen gegründet wurde, ist wahrlich das, in Bekka, mit B, mit Bekka, in Bekka. Als ein gesegnetes Haus und Recht, Leitung für die Weltenbewohner. Darin liegen klare Zeichen. Der Standort Ibrahims und wer es betritt, ist sicher. Und Allah steht den Menschen gegenüber zu, dass sie die Pilgerfahrt zum Hause unternehmen. Diejenigen, die die Möglichkeit dazu haben. Diejenigen, die die Möglichkeit dazu haben. Wer aber ungläubig ist, wer glaubensverweigernd ist, so ist Allah, der Weltenbewohner, gegenüber unbedürftig. Allah Ta'ala, er spricht von Zeichen. Er spricht von Zeichen in diesem Abschnitt, die Bekka betreffen, die Mekka betreffen. Schauen wir zuerst auf das sprachliche Zeichen. Ihr wart alle erstmal etwas verwirrt, hat er sich versprochen, möglich, ja, wir sind Menschen. Jeder kann sich beim Koranrezitieren einmal versprechen. Aber dort steht Bekka. Was bedeutet Bekka? Warum steht dort nicht Mekka? Ibn Kathir, liebe Geschwister, er führt zwei Erklärungen auf. Zum einen, Bekka ist das, worum sich versammelt wird. Bekka ist das, worum sich versammelt wird. Und zum anderen, liebe Brüder, liebe Schwestern, Bekka ist das, was zum Weinen bringt. Von Bukka im Arabischen. Bekka das, was zum Weinen bringt. Und jeder, der schon mal dort war, wird es euch bestätigen. Dieser Ort hat etwas Magisches, etwas Mystisches. Etwas, was der Mensch nicht auszudrücken vermag. Und der Mensch, per Definition, liebe Geschwister, er will sich ausdrücken. Der Alabamer, der den Koran lehrte, der den Menschen erschuf und ihm die Rede verlieh. Wir alle müssen uns ausdrücken als Menschen. Die Sprachbildung ist mit unserer Persönlichkeitsbildung verknüpft. Aber in Mekka werdet ihr Dinge erleben, es gibt keine Worte dafür. Das Herz vermag sich nicht auszudrücken, außer durch Weinen. Darauf werden wir später mehr zurückkommen, liebe Geschwister. Das sind Zeichen für diejenigen, die sie dort suchen. Und sie werden sie dort auch erfahren. Gestandene Männer, gestandene Frauen. Und zum anderen, liebe Geschwister, wenn Allah Ta'ala von Zeichen spricht, die diese Ortschaft, die dieses Ritual, Mekka ist ein Ritual, die Pilgerfahrt ist ein Ritual, eine Säule des Islams. Die Prophezeiungen, die aus der damaligen Sicht vielleicht von einem nicht sehenden Herzen als unwahrscheinliche Träumerei hätten angesehen werden müssen, sind jetzt erfüllte Prophezeiungen. Welche Prophezeiungen meine ich? Unter anderem, liebe Geschwister, Allah Ta'ala sagt im Koran, Und rufe unter den Menschen die Pilgerfahrt aus. Der Aufruf zur Pilgerfahrt sollte verkündet werden. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wird hier angesprochen. So werden sie zu dir kommen, zu Fuß. Und auf vielen hageren Reittieren, die aus jedem tiefen Passweg daherkommen. Liebe Geschwister, heute noch gibt es Menschen, die die Pilgerfahrt zu Fuß unternehmen. Sogar aus Deutschland. Zwei Brüder, die gemeinsam die Pilgerfahrt, ich glaube es war vor zwei Jahren, zu Fuß unternommen haben. Konnte das damals abgesehen werden? Wo war Mekka weltpolitisch? Konnte man das damals absehen? Und jetzt ist es sprichwörtlich geworden. Sprichwörtlich. Irgendeine weltliche Sache. Nehmen wir irgendetwas, was einem gerade einfällt. Kaugummi. Und dort, wo am meisten Kaugummis hergestellt werden, diesen Ort nennt man, das ist das Mekka der Kaugummis. Leute sprechen dieses Sprichwort aus, sie wissen vielleicht noch nicht mal, was Mekka ist. Aber sie wissen, dass Mekka der Standard ist. Nachdem sich alles andere richtet, liebe Geschwister. Und das in einer, auch in einer nicht muslimischen Gesellschaft, ist es das, was man sagt. The Mekka of, im Englischen. Das Mekka von, im Deutschen. Allah Ta'ala sagt auch im Koran, In Bezug auf Ibrahim, ich werde dich zu einem Vorbild für die Menschen machen. Und weiter, Und nehmt euch den Standort Ibrahims, als er dort die Kaaba aufgebaut hat, als Gebetsplatz. So stark, liebe Geschwister, ist die Pilgerfahrt mit Ibrahim a.s. verbunden und mit Ismail a.s. und mit Hajar a.s. verbunden, dass die Rituale der Pilgerfahrt mit ihnen mehr verknüpft sind, assoziativ, als mit dem Propheten Mohammed sallallahu a.s. Und das ist etwas, was vor, wie gesagt, über 1400 Jahren prophezeit wurde und schon zuvor. Denn der Prophet sagte, sallallahu a.s. Dass Ibrahim a.s. Er hatte bereits den Auftrag, zur Pilgerfahrt aufzurufen. Er sollte die Menschen aufrufen. Mitten in der Wüste, ja, es war noch unbegrünt. Nicht von Menschen besiedelt. Das war ja sein Bittgebet. Oh Allah, ich hinterlasse meine Familie in einer Wüste. Menschen leer, auf dass sie das Gebet verrichten und dass die Herzen der Menschen, die später dazukommen werden, ihnen zugeneigt sein werden und auf dass du sie mit Früchten versorgst. Und Ibrahim a.s. Er sprach zu Allah, als er diesen Befehl erhalten hat. Oh Allah, meine Stimme wird die Menschen nicht erreichen. Und Allah antwortete, oder es wurde ihm geantwortet, es wurde ihm geantwortet, sein Ruf wird weitergetragen werden. Wieder so ein Beispiel, man tut das, was man kann, liebe Geschwister. Man tut das, was man kann. Auch wenn das Auge, wenn die beiden Augen einen trügen sollten, dass das sinnlos ist, aber man tut das, was man kann. Dadurch erhält man sich seine Selbstständigkeit auch, seine erzieherische Lektion an dieser Stelle. Auch, liebe Geschwister, Allah Ta'ala sagt im Koran, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنَا وَارْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ Und gedenke, als Ibrahim sagte, O mein Herr, mache dies zu einer sicheren Ortschaft und versorge ihre Bewohner mit Früchten. Mache dies zu einer sicheren Ortschaft und versorge ihre Bewohner mit Früchten. Wenn ihr in Mekka sein werdet, liebe Geschwister, ihr werdet dort allerlei Nahrungsmittel vorfinden. Es ist ein Handelsplatz auch geworden. Es ist ein belebter Ort geworden. Und das ist auch aus jetziger Sicht eine Prophezeiung, nämlich Worte von Propheten. Und so verwundert es nicht, liebe Geschwister, und so verwundert es nicht. Und das größte Zeichen aus meiner Sicht der Dinge, das werde ich euch für das Ende der Chutva, für das Ende der Chutva aufsparen. Wir haben sprachliche Zeichen miteinander studiert, wir haben einige Prophezeiungen studiert und man kann noch weitere ausführen. Erst einmal werden wir nun thematisieren, was Allah Ta'ala in Bezug auf diese Ortschaft sagt. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَ طَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا Und es steht Allah Ta'ala zu, gegenüber den Menschen, dass sie die Pilgerfahrt zu diesem Hause unternehmen, insofern sie die Möglichkeit haben. Und Allah Ta'ala sagt weiter im Koran, وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ und vollziehe die große Pilgerfahrt Al-Hajj und die Al-Umra für Allah. Die kleine Pilgerfahrt für Allah. Liebe Geschwister, das sind Befehle. Und die Hajj, liebe Geschwister, ist eine der fünf Säulen. Wer die Hajj nicht vermag durchzuführen, so möchte ich euch daran erinnern, dass die Scherfitische Rechtsschule und die Hanbalitische Rechtsschule gesagt hat, die Omra ist auch eine Pflicht. Das heißt, wer Hajj Ifrod begangen hat, das ist eine Hajj-Art, wo man praktisch nur die Riten der großen Pilgerfahrt abschließt und nicht die Omra mit inkludiert, wer das allein gemacht hat, gemäß den Scherfiten und den Hanbaliten, wäre immer noch sündhaft, falls er aufgrund eines Vermögens die Omra unterlassen hat. Das heißt, für diejenigen, die jetzt gleich im Kopf haben, ich habe keine 4.000, 5.000 Euro, ich kriege keinen Urlaub etc. Omra, liebe Geschwister, ist günstig. Und keiner von uns, glaube ich, kann sich etwas vormachen. Wir alle haben die extra Hunderter für dies und das und Konsum und Computerspiel und Kleidung. Wir sind sehr verschwenderisch. Das heißt, jeder wird diese 1.200 Euro ungefähr für eine Omra, 10, 11, 12, 13 Tage, wird er aufbringen können. Wir sind dazu verpflichtet. Das halten wir erstmal fest. Wenn wir über die Hajj und Omra sprechen, liebe Geschwister, oft hört man aus den älteren Generationen, aber taler Möge sich ihrer Erbarmen. Man hört diese Lebensphilosophie, Weisheit möchte ich es nicht nennen, ja, das machst du, wenn du 70, 80 Jahre alt bist. Lebe erstmal. Weil ansonsten, wenn du zurückkommst und sündigst, dann sind die Sünden tausendmal größer und schlimmer. Liebe Geschwister, unsere Eltern meinen es gut mit uns, unsere Großeltern meinen es gut mit uns, aber wo ist der Beleg für diese Aussage? Wenn Allah von einer Verpflichtung spricht, gemäß Möglichkeit, und wir haben die Zeit und wir haben das Geld und wir müssen kein krankes Familienmitglied pflegen, ja, im Sinne, die Umstände, die wir haben, sind günstig, dann mögen wir dieser Verpflichtung folgen. Wir mögen dieser Verpflichtung folgen. Und das sagt auch die Mehrheit der Gelehrten, liebe Geschwister, dass sobald man die Möglichkeit hat, und das ist das, was auch das Herz beruhigt, soll man diese Möglichkeit wahrnehmen. Man hätte also nicht die Möglichkeit aufzuschieben, ja. Und darin liegt eine Weisheit. Allah weiß doch, wenn er eine Verpflichtung, eine allgemeine Verpflichtung erlässt, er weiß, dass sich darunter ein 16-Jähriger wird befinden, ein 24-Jähriger, etc. Er weiß das doch. Er hat das nicht näher eingegrenzt, für die Senioren oder für diejenigen, die etc. etc. Es ist eine Verpflichtung. Und wir sollen nach dieser Verpflichtung uns sehnen, sie zu erfüllen. Warum? Wir werden dort besondere Dinge erleben, liebe Geschwister. Allah Ta'ala wird unser Herz reinwaschen. Es gibt Dinge in uns, die wird vielleicht nur die Pilgerfahrt, von uns nehmen können. Erzieherisch, beziehungsweise uns geben können, erzieherisch. Denn, jede der fünf Säulen, liebe Geschwister, hat eine, ist eine Schule, ist eine Universität. Verleiht einen bestimmten Abschluss. Im Sinne von, nicht das Papier, sondern die Kompetenzen. Gibt Lehren für uns mit. weiter, liebe Geschwister. Und wir wollen realistisch sein. In Mekka werdet ihr den schlechtesten Service der Erde sehen. Okay? Und das liegt am folgenden. Der Prophet sagte, sallallahu alayhi wa sallam, Allah hat Mekka geheiligt, nicht die Menschen. Das ist ein wichtiges Wort. In der Soziologie definiert man Offenbarung, wenn man menschliche Gesellschaften studiert, mit einem atheistischen Hintergrund, definiert man Offenbarung, das, was Menschen im Nachhinein verheiligt erklärt haben. Der Prophet sagt, sallallahu alayhi wa sallam, Allah hat Mekka geheiligt, nicht die Menschen. Okay? Das ist natürlich nicht der Grund, also der Grund, warum es dort den schlechtesten Service gibt, aber es liefert einen psychologischen Erklärungsrahmen. Alle anderen Reiseorte dieser Erde, nicht Pilgerorte. Was passiert, wenn es schlechten Service gibt? Leute werden sich beschweren, werden im Internet bewerten, die Reiseunternehmen werden Abstand nehmen, mit dem jeweiligen Ort zu kooperieren, etc. Ja, dort gilt das, das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Aber Mekka, was sollen wir machen? Allah ta'ala hat uns verpflichtet. Und weil leider, ja, dieses, also diese, dieses Ritual im organisatorischen Rahmen, im wirtschaftlichen Rahmen, in den Händen einiger ist, die nicht dasselbe Herz hineinstecken, die vielleicht nur das Geld sehen und dann sehen, ja, die Kunden werden immer mehr, die werden nicht weniger. Das heißt, sie haben keine weltlichen Anreize, ihren Service zu verbessern. Ja, das ist eine psychologische Erklärung, die ihr brauchen werdet, wenn ihr dort seid, damit ihr euch nicht aufregt. Ja, weil es gibt eine Regel, die wir gleich auch koranisch festhalten werden. Man hat dort nicht dummes Zeug zu reden, liebe Geschwister, und keine Sünden zu begehen und keinen Frevel. Da, daran ist auch gekoppelt, die Annahme der Pilgerfahrt. Das heißt, man geht dorthin und man fühlt sich als Leiche, ja, mit dem Totengewand um sich herum. Das heißt, man hört nicht zu, wie sich Geschwister beschweren. Man sagt, sei ruhig. Was man machen kann, man kann sich einige Dinge aufschreiben, ja, man kann auch sagen, höchstens schreibst du dir auf und nach der Pilgerfahrt schreibst du einen Brief, aber jetzt, kennt ihr das? Diese eine Person, ja, man isst, man merkt gar nicht, dass das Essen nicht schmeckt. Man isst mit den Gedanken woanders und dann diese eine Person, und dann auf einmal wegen dieser einen Person schmeckt das Essen auf einmal wirklich schlecht. Ja, lasst euch nicht die Pilgerfahrt von solchen Menschen verderben und verderbt sie umgekehrt anderen genauso wenig. Geht also hin als Leiche. Und zum anderen, ja, wir alle kennen unseren, äh, unsere, unsere schwache Seele. Deswegen gebt lieber mehr aus für die Pilgerfahrt als weniger. Holt euch lieber die zwei Sterne mehr, ja, weil zwei, drei Sterne dort sind, wie hier vielleicht ein halber Stern, ja, holt euch lieber die zwei, drei Sterne mehr, ohne zu wissen, also ohne eine Garantie damit zu verbinden. Und dann habt ihr, insha'Allah, vielleicht doch ein saubereres Zimmer, äh, ohne andere kleine Mitbewohner, über die wir jetzt nicht näher sprechen wollen, die Schwestern sind auch, ja, in der Moschee, ja. Gebt lieber etwas mehr Geld aus. Investiert, damit ihr es, damit ihr euch beruhigen könnt, dadurch, damit ihr euch beruhigen könnt. Und natürlich nehmt auch etwas Geld mit für Geschenke, ja, nehmt Geld mit für Geschenke, weil Menschen werden, eure Familienangehörige, eure Freunde, eure Kollegen werden diese Geschenke aus Mekka, deswegen ehren, weil sie aus Mekka kommen. Vielleicht bringt ihr einen, eine Gebetsmütze beispielsweise mit, ja, made in, ich will nicht sagen, aber ihr wisst schon, ja. Aber weil sie aus Mekka ist, deswegen, oh, Subhanallah, das wurde mir aus Mekka mitgebracht. Ja, und dann betet man damit gerne, dann schätzt man das. Nehmt also viel mit, um Geschenke mit zurückzubringen, natürlich auch, ja, starke Muskeln, damit ihr fleißig Samsamwasser zurückbringen könnt, und das ist das, was auch die Prophetengefährten für ihre Angehörigen getan haben. Informiert euch auch, liebe Geschwister, bei den Reiseveranstaltern. Informiert euch. Informiert euch bei den früheren Pilgern, wie war ihre Erfahrung mit der Pilgerfahrt gewesen, mit der Organisation, die sie beauftragt haben. Und da kann man auch gute, gute Tipps bekommen. Liebe Geschwister, die Hajj ist deswegen eine sehr besondere Schule, weil sie vieles umschließt. Als Sakka, man gibt Geld. Beim Gebet, man gibt sich selbst hin. Ja, seine Zeit, seine Gesundheit, körperliche Mühen. Beim Fasten auch körperliche Mühen. Aber bei der Hajj, liebe Geschwister, hat man alle Formen des Gottesdienstes, der Ibadat. Man betet natürlich in Möcker. Man fastet in der Regel, weil irgendetwas muss man in der Regel immer ausgleichen. Ja, das kommt einfach mal so vor, dass man eine gewisse, eine gewisse Kafara zu tätigen hat. Man betet, man fastet, man gibt von seinem Geld, man gibt von seiner Gesundheit, man gibt von seiner Zeit. Und der Körper, liebe Geschwister, er macht natürlich auch einiges durch. Ja, weil Reisen ist immer eine, eine Strapaze für den Körper. Der Prophet sagt, sallallahu alayhi wa sallam, in diesem Sinne zu verstehen, dass die Reise ein Stück von der, von der Strafe ist. Also die Reise ist keine Strafe von Allah. Aber im Sinne von, die Reise trägt viele Mühen in sich, bringt viele Mühen mit sich. Und das Reisen überhaupt, liebe Geschwister, das Reisen überhaupt ist etwas, was einen sehr bildet. Goethe sagte, dass es nichts Besseres für eine gescheite Person gibt, um sich fortzubilden, als eine Reise. Und jede Kultur kennt Redensarten über die Reise und wie sie einen bildet und dass durch das Reisen auch Vorurteile abgelegt werden können. Und einer der Philosophen, er sagte, dass man auf Reisen immer sein Tagebuch mitnehmen sollte, dann hat man etwas Spannendes zum Lesen. Was ist damit gemeint? Tagebuch führt man ja täglich. Wenn man auf Reisen ist, führt man also sein Tagebuch und darin wird man dann spannende Dinge einzutragen haben. Weil man gewinnt auch Abstand aus seiner aus seinen Routinen. Man kann sich selbst auch aus dieser Außenperspektive wahrnehmen. Wie bin ich dort in meiner Heimat, in meinem Beruf, in meiner Familie? Weil man ist, man hat eine besondere Zeit. Und die Seele kann gewisse Dinge thematisieren, die sie im Alltag nicht thematisieren kann. Weil immer das Alltägliche, die Routinen, den Tagesablauf bestimmen. Wenn wir uns mit der Pilgerfahrt beschäftigen, liebe Geschwister, kann uns ein Fehler unterlaufen. Wie bei der Lesung des Korans uns auch ein gewisser Fehler unterlaufen kann. Al-Razali, Allah ta'ala möge mit ihm zufrieden sein, er sagte, eine der Gründe, warum Menschen abgelenkt werden von der Botschaft des Korans, vom Inhalt des Korans, ist, dass sie ihn korrekt zu lesen gedenken. Wie sollen wir das verstehen? Ihr kennt doch die Tadwid-Regeln. Welcher Buchstabe lang, welcher Vokal lang zu sprechen ist, wie die einzelnen Buchstaben auszusprechen sind, welche Regeln aufkommen, wenn gewisse Buchstaben aufeinander treffen. Und wenn man sich nur mit dem Tadwid beschäftigt, dann ist man ein Tadwid-Roboter. Ja? Dann dann lernt man, um zu lesen. Man lernt, um zu lesen. Aber in Wirklichkeit sollten wir lesen, um zu lernen. Das heißt, wir sollen uns auch mit der Botschaft beschäftigen. Wenn wir uns also mit der Pilgerfahrt auseinandersetzen, dann nicht bloß, wo man wann sein soll und was man zu machen hat, sondern mit den tieferen Lektionen, liebe Geschwister. Und auch, dass man mehr macht, als die Pilgerfahrt von einem verlangt, weil das sind historische Städten, subhanallah, historische Städten. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum man diese Reise unternehmen sollte. Wenn wir ehrlich sind, ja, wir haben eine gewisse, also der Prophet sagt es selbst, sallallahu alaihi wa sallam, etwas zu sehen, jemand, der etwas gesehen hat, ist nicht bloß wie derjenige, der es gehört hat. Wenn du dabei gewesen bist, hast du eine ganz andere Stufe von Iman, von Gewissheit, von Überzeugung, als wenn du einen Bericht davon erfahren hast. Gerade für unsere Jüngeren, wir erzählen ihnen vom Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, und von Abu Bakr und von Omar, mögen Allah mit beiden und mit allen Propheten werden zufrieden sein. Und es kann dem Kind passieren, ja, dass es so diese Dinge vermischt mit Superhelden-Geschichten und Science-Fiction, das kann passieren, dem Kind, versteht ihr? Aber wenn man dann dort ist, es ist eine historische Städte, man steht vor dem Grab von Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, und Abu Bakr und Omar, radiallahu anhumer, man erlebt es, man ist da, es ist um einen herum, es ist nicht eine Vorstellung, ein Bild an der Wand. Deswegen sollen wir uns das vornehmen, es ist eine Pflicht, und wir sündigen, wenn wir diese Pflicht vernachlässigen. Und abgesehen von der Sünde, wir behindern unsere eigene Entwicklung, wir verzögern den Aufbau unserer Persönlichkeit, und wir, wir verwehren uns des Guten, was Allah vorbereitet hat, liebe Geschwister. Lass uns nun eine feste Absicht treffen, die nächsten Monate in Mekka sein zu können, ja, später die Jungen, die werden googeln, wann habe ich Herbstferien, wann Winterferien, wann Frühjahrsferien, wann Sommerferien, welches Unternehmen, was ist mein Budget, dann, ja, Hand vom Opa küssen, und, ja, ein bisschen Geld verlangen, und, Mama, ein bisschen, und, ja, wie komme ich da hin? So müssen wir uns fühlen. Jeder von euch hat doch in den letzten Tagen, ja, die Menschen so rumlaufen sehen. Ist so, oder ist nicht so? Subhanallah, ich habe mich damit beschäftigt, ja, manche Leute, die haben eine Strecke von 38 Kilometern vor sich. 38 Kilometer, liebe Geschwister. 38 Kilometer. Und die freuen sich, liebe Geschwister. Lass uns die paar Meter zur S-Bahn mit einberechnen, ja, dann die sieben Umrundungen und den, 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 den Sahi, ja, und wir werden weniger als 38 Kilometer haben. Und wir werden uns auch mehr freuen. Und es ist real. Und es ist real, liebe Geschwister. Lass uns eine feste Absicht treffen und Allah taala um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben hat. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben hat. Duhu wa Rasuluh. Liebe Geschwister, subhanallah, mein Drucker hat das letzte Blatt nicht ausgedruckt. Aber ich komme sogar nicht dazu, das vorletzte Blatt zu thematisieren, weil Hajj, subhanallah, ja, wie könnte man das in einer, in einer halben Stunde packen, dieses Thema. Ich möchte mit einer der Taten, die vernachlässigt werden in der Hajj und zu denen Allah taala in Befehlsform aufruft, mit euch thematisieren und die wir auch jetzt hier, Frankfurt, Gallus, 60327 praktizieren können und müssen, liebe Geschwister, als Erziehung für uns selbst. Fadkurullaha indal masharil haram wa adhkuruuhu kama hadakum wa in kunntum min qablihi la min al-dallin Allah taala sagt sinngemäß im Koran gedenkt Allahs bei der geschützten Städte und gedenkt seiner, wie er euch recht geleitet hat, obwohl ihr vor dem wahrlichst zu den Irrgehenden gehörtet. Also das ist ein fester Teil der Pilgerfahrt, dass man Allah taala zu gedenken hat und dass man ihm zu danken hat dafür, das ist mit inkludiert, wenn man daran denkt, dass man zuvor unter denen war, die irregeleitet gewesen sind. Und das ist sehr wichtig. Weil wenn wir das praktizieren, was passiert, wenn wir sagen, oh Allah, danke, dass du mich recht geleitet hast. Wenn wir uns unser Leben vorstellen, wie es damals war, bevor wir gebetet haben, bevor wir Zoharada gefunden haben, im Herzen und auf der Zunge, bevor wir die Gebote mit dem Herzen verstehen konnten und lieben konnten und deswegen automatisch praktiziert haben. Und wo wir wären, wenn wir zu dieser Liebe nicht hätten finden können, wenn Allah taala uns nicht recht geleitet hätte. Horror, oder? Gerade hier, gerade jetzt. In einer Gesellschaft, die praktisch in Minuten einen zum Fall bringen kann. Drogen, die euch, eure Familie vergessen lassen werden. Ihr werdet euch selbst verkaufen. Und Irrungen, die Menschen festhalten können in Sekunden und verbreiten und tausend, zweitausend Leute haben es gesehen in Sekunden und es ist festgehalten. Wo wären wir jetzt, liebe Geschwister, wenn Allah taala uns nicht recht geleitet hätte? Und wenn wir das verstanden haben, wie können wir dann noch arrogant sein, liebe Geschwister? Das ist ein Arroganzmittel. Das wischt die Arroganz schnell weg, bleibend weg. Und da, wo die Arroganz auch nicht da ist, da ist die Demut da. Demut als Gegenteil von Hochmut. Und da, wo Demut ist, liebe Geschwister, da gehen wir auch mit offenen Armen auf Menschen zu. Und da versuchen wir ihnen das zu bieten, anzubieten, sie dazu einzuladen, was wir auch von Allah taala dankenswerterweise erhalten haben. Ja Allah, ja Mujib, ja Rahman, ja Rahim, ja Malik, ja Kuddus, wir bitten dich mit all deinen Namen, bitte schenke uns deine Vergebung, oh Allah. Bitte helfe uns, dass wir fünfmal am Tag aus Liebe heraus dich anbeten wollen. Bitte vergib uns unsere Sünden und vergib auch unseren Eltern und unseren Geschwistern im Glauben allesamt, oh Allah. Recht leite all diejenigen, in denen du Gutes siehst und lasse uns einen Beitrag dazu geleistet haben. Oh Allah, bitte schenke den Geflüchteten und den Gefangenen und den Bekriegten Sicherheit und schenke den unterdrückten Selbstbestimmung, oh Allah, auf das wir dir selbst, dass wir dir einzig und allein dienen dürfen, oh Allah. Und schenke den Kranken deine Heilung und den Ehesuchenden die Heirat und den Kinderbegehrenden rechtschaffene Nachkommenschaft, oh Allah. Und den Notleidenden einen Ausweg und den Geprüften Erleichterung und Bestehen. Oh Allah, bitte erfülle uns unsere Herzenwünsche, die gut für uns sind und bitte entferne aus unserem Herzen all das, womit du nicht zufrieden bist und was uns schaden würde. Oh Allah, bitte gib uns Gutes in diesseits und Gutes im jenseits und bitte bewahre uns von den Flammen der Hölle. Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Untertitelung des ZDF, 2020 ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.